hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten video auf meinem neuen kanal ich bin der jungen nathan und werde hier in der zukunft battlefield 3 battlefield 4 bad company 2 gameplay commentaries machen alles im thema zum battlefield also auch über vorige battlefields vielleicht mal was aktuelle gaming themen alles sowas werde ich ja besprechen ein paar eckdaten zu mir ich bin im g-core clan und ich so zu meinem spieltyp wollte ich jetzt was erzählen bin er so der team spieler das heißt wenn ich da jetzt mal wenn ich jetzt versorger bin und dann liegt medic rum dann hebe ich sein kit auf und belebt ihn wieder so auch wenn ich dabei drauf gehen ja ich spiele überhaupt nicht nach kd großartig also es gibt zwar runden wo ich ganz gut abschneide sag ich mal so jetzt wo ich dann so ich sag mal 30 zu 7 schaffe aber das ist dann auch schon das beste für meine verhältnisse aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal mir geht es im battlefield wirklich um dieses team play und natürlich werde ich nicht nur battlefield zeigen sondern auf wunsch auch mal call of duty oder ein anderes spiel das könnte dann einfach in die kommentare posten ich werde es auch noch einrichten dass ich das game place nehmen kann und ich werde auch noch eine serie machen top 5 battlefield moment ist only in battlefield sowas ähnliches werde ich auch machen dann nehme ich dann aber so gast sachen weil ich krieg sowas irgendwie nicht auf die reihe naja ich wollte mich hier jetzt nur kurz vorstellen das war's auch mit dem video ich bedanke mich fürs zugucken und sage tschüss